so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge tippio hier auf meinem kanal wir spielen wieder tippio und warum ist mein name eigentlich so schwarz ich bin übrigens generell sehr dunkel ich weiß nicht was ich dagegen machen soll denn gerade ist so hell draußen das sonne mich blendet wenn ich sie an mache und so jetzt muss ich überlegen was was mache ich denn heute vielleicht könnte ich noch mal versuchen den body damage typen zu machen und da dann noch höher zu gehen also auf body damage zu gehen und dann auf movement speed weil ich habe noch gar nicht getestet ich glaube das mache ich mal dass ich einen einfach nur irgendwie in penetration oder dem body damage rein setze mache ich jetzt auch immer in bullet damage und mal gucken ob ich den wieder bekomme am ende also wenn ich auswählen muss beziehungsweise kann und mal gucken ob ich den wieder bekomme wenn ja dann wäre das natürlich nice wenn ich dann ich und es sieht so aus als könnte ich das heute nicht mehr testen also jetzt in dieser runde nicht mehr testen weil die runde gleich vorbei ist aber mal gucken irgendwie kriege ich generell hier sind viel zu viele leute so ich weiß nicht worüber ich reden soll das ist echt gut falls ihr noch irgendwie andere flash games oder so habt die ich mal spielen soll dann könnt ihr mir das einfach mal unten in die kommentare schreiben ich gehe jetzt erstmal voll auf movement speed und dann ein bisschen auf health region und dann mal gucken was ich dann mache health region ein bisschen health ich glaube das mache ich immer so gleichzeitig so aber ich will eigentlich noch ein bisschen sparen weil ich ja später mit mit dings mit mit das kann ich dann ja dass die sachen weiter gehen deswegen deswegen will ich halt auch vielleicht noch ein bisschen sparen wenn ich es diesmal mal mache nicht so wie letzte runde oder letzte folge wo ich es angekündigt habe aber dann doch nicht gemacht habe ähm level 30 war das also mache ich jetzt noch spare ich mir mal 10 auf gehe ich noch bei level 20 mache ich noch mal was und dann sprach ich dazu habe ich mich jetzt entschlossen so also jetzt noch einmal health region und jetzt spare ich so zack 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 nicht aber na gut sagt habe ja autofahrer und wurden durch schicht als Filme她 Tastse ich bin echt gut kommt schon jetzt gut mit den Fetten so zack 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 Da unten ist noch ein Vetter, den kann ich mir auch noch mal kurz snacken, zack, so. Jo, ich weiß nicht, könnt mir ja echt mal unten in die Kommentare schreiben, falls ihr noch irgendwelche, ähm, Dings habt, irgendwelche Spiele, also so Flash Games, die ich zocken soll, dann schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare, habe ich gerade schon gesagt, aber macht es einfach mal, Alter, warum ist hier denn so viel, ja logisch, weil hier keiner hingeht, warum sollte denn hier auch jemand hingehen, guck mal, der denkt sich auch, oh ist ganz viel fressen, fressen, ganz viel fressen, boah, nice, zack, 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 so und jetzt soll ich gleich auch Level 30 sein, hab ich zumindest mal das geschafft, so, und jetzt kommt der Smasher, und jetzt mach ich Buddy Damage voll, Movement Speed voll, hab ich den jetzt zurückbekommen? Ich hatte 7, ne, wie viel kann ich jetzt haben? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, also 3 hab ich schon, glaub nicht, aber könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich sie zurückbekommen habe, oder nicht, glaube nicht, ich denke, jetzt mach ich auch noch mal ein bisschen Half hoch, jetzt hab ich ja Buddy Damage auf Maximum, deswegen kann ich jetzt hier einfach zack, zack, einfach durchlaufen, ich weiß gar nicht, ob man, ähm, wenn man Level 45 mit dem Smasher wird, ob man dann mehr Auswahl hat, äh, also, ob man dann nur einen auswählen kann, oder mehr, ich weiß es gar nicht, weil ich weiß, dass man den weiterentwickeln kann, aber, ich weiß nicht, ähm, was soll ich jetzt sagen, in was, und die erobern den immer wieder, das ist ganz gut, weil, so lange kann ich mich hier, ich sollte mal abfahren, weil, das, eigentlich möchte ich hier nur fahren, danke, und, weil, ich möchte das auf jeden Fall schaffen, den, einmal diese erweiterte Form hinzukriegen, und mal zu gucken, was mich, was mir das bringt, warum hab ich eigentlich mal eine Mauszeige hier drin, den kann ich eigentlich mal rausnehmen, Autofahrer kann die auch aufmachen, wäre es eh egal, okay, ich geh nochmal weg, Leute, der macht's richtig schlau, so, zack, da war er, zack, du bist jetzt gleich, oh, ich bin gleich tot, oh, okay, das war fail, ich halte noch zu wenig aus, oder er hat halt zu viel damage gemacht, und ich bin dumm dahin gefahren, aber nur gut, was komisch wäre, wenn die, also, eigentlich müssten die blauen ja jetzt mal ein bisschen aggressiver spielen, und mal einen von uns erobern, machen es aber nicht, was ich auch verstehen kann, weil wahrscheinlich töten wir die da immer direkt, und sind grad die ganze Zeit an ihrem blauen Ding dran, aber, na gut, so, jetzt bin ich Level 37, also noch acht, acht brauche ich noch, zack, acht Level brauche ich noch, so lange kann ich noch ein bisschen reden, ähm, weil letzte Folge habe ich es ja so, bin ich dann mit dem, ich hab draufgegangen, hab Kills gemacht, wow, bin aber dann auch irgendwann gestorben, und hab's nicht geschafft, die weitere, weitere Form davon zu kriegen, deswegen möchte ich mich jetzt hier lieber mal so ein bisschen fahren, und vielleicht auch mal jemanden töten, wenn mir jemand, wenn jemand vor mich läuft, das wär auch nice, deswegen hab ich auch Moveins wiederholt, weil ich glaub, das ist schon eins geschlossen, ich weiß nicht, wenn ihr's wisst, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ich bin sehr dunkel bei der Face Game, das hab ich aber auch schon gesagt, und ich rede viel zu viel, gefühlt, so, ähm, ja, ich glaub, das wird sogar die einzige Runde, die ich spiele, also ich versuch's in dieser Runde jetzt hinzukriegen, und dann werde ich reingehen, und wenn ich dann sterbe, werde ich die Folge vorbei, ja, aber mal gucken, bis jetzt ist ja jetzt sehr spannend, die Folge, aber jetzt kommt noch, kommt noch, ich werde die noch alle wegwecken, 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 so, hm, 6, 6 noch, 6, äh, Level noch, das ist gleich nur 5, hier oben ist wieder, oh my god, ja, jawoll, da kann ich einfach durchfahren, zack, krieg einfach alles, zack, Boss ist angenehm, jawoll, durch da, ja, genau, durch, hier, zack, so, gleichzeitig wieder ein Level abkriegen, nö, doch nicht, ich dachte eigentlich, ich würde bei Level 41 wieder ein Level abkriegen, aber keine Ahnung, ich bin nicht so erfahren, wie man merkt, also ich spiele die Bio nicht viel, und um auf die Rocket League Folge einzugehen, die am Samstag kam, ich bin noch immer noch nicht herausfordernd, weil ich seitdem keine Ahnung, Glück mehr gespielt habe, ich, 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 also, ich nehme die Folge hier jetzt gerade am Sonntag auf, deswegen, bis zum Sonntag, um 13 Uhr, um 5 Uhr, 2, habe ich es noch nicht geschafft, herausfordernd zu werden, aber noch gut. Ich regeneriere Leben gerade echt schnell, so, jetzt gleich habe ich es geschafft, gleich bin ich 45, noch 2 Level, die sollte ich jetzt eigentlich relativ schnell hinbekommen, so, zack, jetzt bin ich gleich 44, und dann gehe ich mal da nach unten links zum blauen Feld, mit meinem super duper Teil, was auch immer es kann, ich weiß es nicht, also, ich glaube, ich werde immer langsamer, je mehr ich treffe, oder, ich glaube, die halten mich schon so ein bisschen auf, wo ich sie ja fast one shotte, aber ich habe es jetzt gleich, 3, 2, 3, 2, 1, ich habe es geschafft, so, jetzt kann ich Landmine, Spike, Landmine oder Autosmasher, glaube ich nehme Spike, aber ich weiß nicht, was ich mit dem anderen machen kann, ich glaube, jetzt mache ich noch mehr Damage, also, noch einmal Max helft und dann geht es da runter, ich bin aber irgendwie gerade mega langsam gefühlt, ich glaube, mit Landmine hätte man noch so ein Landminen setzen können, glaube ich, so, logisch, wir haben gewonnen, wow, wow, jetzt möchte ich aber auch noch jemand töten, kommt her, kommt her, kommt her, kommt her, komm schon, ja, ja, eingetötet, ich halte so viel aus, du kannst mich nicht kriegen, du kannst mich nicht kriegen, komm schon, bitte, ja, nein, ja, ich, komm schon, nein, komm schon, komm schon, ja, komm schon, jetzt, jetzt, nein, ich habe es nicht geschafft, ihn zu töten, okay, ich habe es jetzt geschafft, ich weiß jetzt, was es da noch zur Auswahl gibt, vielleicht machen wir in der nächsten Folge eins von den anderen Sachen, mal gucken, sonst hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat, wenn ja, dann lasst ein Like da und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.